Hallo ihr Lieben, wir sind in Giyu angekommen und sind schon in unserem Hostelzimmer und jetzt mache ich mal eine Rundfeknis mal auf. Hier seht ihr zwei Bette. Mehr nicht. Hier ist ein Bad, Toilette, Lausche. Jetzt gehen wir nach unten in die Küche. Hier ist der Austausch. Und jetzt kommt das Beste. Das Rooftop. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.